Das sind schon wirklich Welten dazwischen sozusagen. Ja gut, ich denke mal für das Geld kann man ja auch ein bisschen was erwarten, ne? Ja. Of course, die 500, oder nicht? Na, ich denke mal aus, so in dem Preisbereich wie die 4 am Anfang war, als die rauskam. Ich werde es mir noch nicht sofort holen, ich warte bis bei uns im GameStop ist manchmal so ein Ding. Wenn du die alte PS4 abgibst, zahlst du für die PS5 dann meistens noch so 100, 150 Euro. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass sobald dann das neue Formel 1, was für die 5 rauskommt, und sobald das draußen ist, werde ich mir spätestens dann die 5 holen. Ja. Also 2.20 meinst du dann? Ja, vor 2.20 denke ich mal, wird die 5 eh nicht kommen. Nö. Oder ich warte bis zum Beispiel, wo ich Playstation 3 hatte, habe ich gewartet, bis es für die Playstation keine Games rauskamen, äh für die 3. Dann habe ich es mir an Playstation 4 geholt, ne. Ja, okay, das wird mir wahrscheinlich zu lange sein, der Zeitraum. Ja, ich denke mal, dass die vor dem 2.20er Formel 1 eh nicht rauskommen wird, weil wenn die das 2.20er auch im Juli rausbringen, dann sowieso nicht. Weil die Playstation, äh Sony bringt meistens die neuen Modelle so im September sowas raus. Ja, halt fürs Weihnachtsgeschäft, ne. Ne, 3er Höhen. Ne. Läufts. Läufts. Dreierwester. Läufts. Hahaha. Hehehe. Wir hatten mal so, wo ich noch in der Ausbildung war, aus DIN der Läde. Als man so einen dummen Lehrer, das war, wo die PS3 noch neu war, oder halbwegs neu war, er so, ja, die heutige Jugend, die gehen immer mit dem Trend mit, nur weil, so, in dem Sinne, so nach seiner Aussage war es so, dass wir in der Klasse unbedingt einen PS4 gekauft hätten. Also, er hat nicht gesagt, ähm, also wie sagen, ähm, er hat einfach behauptet, er hat einfach so gesagt, ja, ihr würdet so oder so einen PS4 kaufen, und ich so, die, was auch, was mit ihr falsch, nur weil die anderen einen Drang dazu haben, heisst nicht, dass ich auch den Drang dazu habe, ja, doch, die heutige Jugend, die, äh, geht in den Trend mit, ich so, ich so, ich hab nur gedacht, so, halt die Fresse, Mann. Und was ist? PS4 hat es trotzdem geholt. Ja, aber er meinte so genau dann, wenn es rauskommt, wie zum Beispiel, er hat so gemeint, wie waren so Kinder oder so Schüler, so wie, wo war das, wo iPhone 9 rauskam, alle warten da 3-4 Tage lang, bis das Tor aufgemacht hat. Bei mir liegt noch ein 3-Wester, wenn keiner hat. Bei mir auch. Und läuft. Markierst, könnt ihr mal, oder einer von euch sprechen, die 3er-Wester markieren? Du bist Nummer 1, oder? Nein, in dem Haus, wo ich bin. Aber wenn du jetzt da untergehst, kannst du eigentlich zum Alex gehen. Ich glaube, näher. Alex, markierst du die 3er-Wester? Grüße an den Rucksack. Ich bin in den Rucksack. Ich bin in den Rucksack. Ich bin markiert. Dankeschön. Ich brauche dir immer einen Kompensator für die Eier. Nö, danke. Bis jetzt nicht, nein. Wo soll ich jetzt lupen gehen? Ich geh mal dahin. Oder das auch so. Wir hatten einen Kurden in unserer Schule. Den selben Lehrer, als ich vorhin erzählt habe. Ich so, hey Kurt, kannst du mir ein Radiergummi geben? Er so, das ist rassistisch. Ich so, was ist denn rassistisch, Mann? Das ist so, wie ich sage, hey Deutsche. DoDEICHN Ich bin was von Leer, Mann. Ich war schon lehr, Mann. Alex, hast du irgendwo einen Zahnrucksack gesehen? Hier bei mir im Haus. Wo? Oben, unten? Oben. Oder unten liegt glaube ich auch noch einer. Da war nur einer. Hast du nur einen Helm gesehen? Ah, da hat er einen. Nee. Ich suche selber noch einen. Was? Helm. Ich hab nur eins gefunden. Hä, wo ist denn die Markierung? Ach, fuck. Ich bin der Mann im Haus. Ich suche gerade deine Markierung. Ja, aber... Ach klar, ich bin im falschen Dorf für die Markierung. Alex, da warte ich wo du jetzt hingehst. Nein, nein Stefan ist schon da, schon da, schon da. Stefan ist schon dort. Guck mal Stefan, ich zeig dir. Hier in dem Haus hier. Ja. Wo war's? Links. Du musst oben. Links. Treppe hoch, dann links, dann rechte Ecke. Alles klar, okay. Hast du gesehen? Ja, hab. Alex, die Zone kommt. Oh, du hast den Lack gerade gehabt. Lack? Oder Leck? Leck. Entschuldigung. Ja. Was scheiße, wo ich gehe? Oh mein Gott, ich gehe in der Zone. Okay. Braucht jemand einen Fiaskop? Ähm, nö. Oh shit, Red Zone. Da. Scheiße, Alter, warum überall nur Einzelhelme? Hm. Okay. Das war's. So, dann mal langsam ab Richtung Sonne hier, sonst wird's gleich blöd. Irgendwer ein Fahrzeug gesehen? Ist ja doch ein bisschen, habe ich jetzt erst gesehen, bis wir in der Zone sind. Du hast jetzt auch mal Richtung Sonne geguckt. ist ja nur phase 1 und 2 bis dann sollte man der zone sein aber trotzdem so ein paar meter müssen wir schon laufen außer wir finden jetzt mal endlich ihren scheiß fahrzeug aber das sieht nicht so aus ich habe jetzt zwei runden hintereinander ein dreier gefunden was ist hier los momenten du findest nichts nur shotgun und einer weste dann kommen gegner alle mit drei westen und m24 alle gängsten rand ist ok zwischen die zwei Robert, wie ist der Runde wird nichts? Ach, abwarten, die Runde ist noch früh. Bis wir in der Zone sind, sind die Gegner schon tot. Eben. Blödes halt jetzt, dass jetzt schon die nächste Phase beginnt. Ja. Und wir einfach kein Auto finden. Das zwirbelt dann ein bisschen mehr. Ja meistens, das ist auch wie beim Fortnite zum Beispiel. Wenn die Zone am Arsch der Welt ist, hast du keinen Jump. Aber wenn die Zone nicht so weit von dir ist, hast du einen Jump. Aber das war Fortnite, geht mir ja sowas von am Arsch vorbei. Alter, weiß, wir laufen jetzt schon 100 Jahre dieser Straße lang und hier steht nicht ein einziges Auto. Was soll der Scheiß? Ja, ich hoffe mal, ihr habt alle genug Sachen zum Heilen dabei. Ich hab genau einen Medikit. Vielleicht finde ich es da vorne noch. Ah, schick. Das kann nicht da sein. Und über das gute Brüchschimmissen war auch noch rüber. Geil. Ah, zum Glück sind die nächste Zone nicht so weit weg. Läuft hervorragend. Hm. Weißt du, und jetzt kommen wir bestimmt in der Zone an und dann steht da ein Auto. Jo, zwei Medikitz habe ich noch. Und fünf. Jo, jetzt fängt gleich so eine 3 an. Äh, so eine 4. Okay. Wir haben fast eins gefunden. Wir haben vornach genug Energy. Ein paar habe ich noch, aber nicht mehr viele. Kannst du mal eins geben? Einen Schmerz mit, wenn du genug hast. Moment. Nein. Um echt zu sein, leider nicht. Oh, und jetzt ist hier vor mir ein Gegner. Ich lass den mal schön weglaufen. Oh ja. Oh ja. Was siehst du gerade? Wie war das der läuft schon gleich schön weglaufen? Ja, der hat mich gesehen. Wo ist er? Läuft da vorne gerade. Ich hab ihn noch auf jeden Fall ein bisschen geltet. Ich könnte hier Hilfe gebrochen. Waren sie mal key? Haha, mit der Armbrust. Nice. Nehm dir die Sonnetasche. Zwölf, endlich. Der hat einen K. Ja, dann nehmen sie die. Ne, ich brauch die nicht. Spielst du Alex mit dem? Ne, ne, ne. Einfach Team spielen? Ja, nehm. Will jemand meinen M4 mit Kompensator und WTK im Griff? Nein. Ich hab, ich hab, ich hab. Warte, warte, ich spiele... Geht nach vorne? Ja, weit hinten ist ich. Genau da, wo ich nachladen muss. Ah, der ist weit hinten. Ja, der ist aber auf der anderen Seite. Der ist weiter hinten. Äh, wir müssen jetzt mal los. So, ne? Ja, gib mal Gas hier beim Looten. Ich bin schon fertig, du. Ach, die haben wir von Maxime oder Moni? Ne, ne. Doch, ich hab 30. 30 Schuss hab ich auch, ja. Braucht ihr die? Ich dropp's die hier am Stein. Ich dropp's genau daneben. Ah, ja. Braucht ihr die selber denn? Ne, ne. Nein. Ich spiel grad nur 9 Ammoni und Bolzen. Bolzen? Ah. Ich hab grad einen Ambruskel wieder gemacht, ja. Auf jeden Fall mit dem Boot. Ähm, ich glaub hier ist vereist. Lass mal hier über die Eisfläche laufen. Müssen wir nicht schwimmen oder über die Brücke gehen. Ja. Ja. Da rechts von uns. Vor einer Brücke. Hier ist ein Kompressor DMR-SR. Und ein 4er Scope liegt dir. Noch, falls du noch rast. Ich hab 6er Scope. Und ein 4er Scope liegt dir. Noch, falls du noch rast. Ja. So lag das immer, wenn 20 Gegner übrig sind. Keine Ahnung. Ja. 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 yba那 discussed is there in the political field. Ja. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Der Schuss ging nicht. Amแตin. Ja. Baum. Willst du mich verarschen, Dude? Stein, immer noch. Boah, shit! Irgendwo von rechts. Ja, ja, er liegt da an dem Gras. Wo? Oben, Alex. Oben, oben, ganz oben. Geradeaus, genau da. Heißt der denn nichts? Läuft. Achtung! Na da wo die Gnade kommt. Pass auf. Ach, ist der Smoke. Stefan erstmal rechts drüber. Ohne kommt. Bei mir eben das Medi-Kids. Pass auf rechts von Alex auch, gell? Ja. Alter, wir sind ja mega eingekesselt gerade. Lass mal los sprinten, lass mal rüber sprinten. Komm hier, hier lang. Hier in der Scheune ist einer. Ja. Ja, genau. Wo denn? Oben und unten war, glaub ich, einer. Jetzt hast Stefan. Ich glaub, der lutet mich gerade. Mann, was du durchschlappst? Wie sieht's, Mann? Ja, Mann... Oh, du bist du hier. Mann! 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 deswegen über eine pistole dabei haben von wo was also eine AVM gehabt ja, hat er da ja, da wixer genau, da olig von Olingsohn Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. Halt dich, halt dich. 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 Da vorne in der Wiese krabbelt einer. Ja. Lol. Hab ich ihn getroffen? Ne, hab ich nicht. Scheiße. Ich seh den nicht mehr. Siehst du den noch krabbeln? Ne. Doch, da oben krabbelt er. Da vorne. Genau vor dir. Vor dir. Ja, hab ich ihn gesehen. Hahahaha. Hahahaha. Du hast den Spaß geholt, man. Diese Armrüst, alter. Ja, jetzt ist noch ein Kill und dann hättest du die Pfanne gekriegt. Ja. So, ist das jetzt ein Squad oder es sind jetzt drei Einzelne? Zwei Einzelne, ne? Das wüsste ich aber auch ganz gerne. Einer oder zwei? Ja, wenn es ein Squad wäre, wäre es glaube ich schon unter der Feuerwehr. Okay, unten. Da krabbelt wieder einer. Er krabbelt, er krabbelt. Nice. Hahaha. Okay, ist ein Squad, du hast ihn nur ausgenockt. Ah. Ah, genau. Ja, holen. Oh mein Gott. Ist der blöd? Oh mein Gott. Loll. Ist der blöd? Alter, ich werde dumm. Nein. Der Zielfeld steckt. Jetzt hat er dich gesehen. Oh. Oh Stefan, nehm die Waffe, nehm die Waffe. Stefan. Hahahaha. 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 Oh mein Gott. Hahahaha. Hahahaha. Oh mein Gott. Hahahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott ist der greyhackテ